Hallo meine Freunde und Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zocken wir wieder Super Mario Run und ja, weiter geht's mit Super Mario Run und ja, wir versuchen jetzt mal ein bisschen grüne Sterne auch zu holen, denn ja, es ist sehr schwer und wir versuchen es trotzdem, so, bla bla bla, das kommt jedes Mal. Ähm, alles klar, so, weiter geht's, wir gehen jetzt auf Welten und ja, wir machen mal den letzten Level auf Münzengeschwierigkeit, auf, alles klar, ich sage immer Münzengeschwierigkeit, was ist das denn, äh, Münzenschwierigkeitsgrad, ähm, grün, also am schwersten, das machen wir jetzt und ja, Äh, ich versuch's mal. So. So. Ich glaube, das war hier oben, oder? Ja, das war. Was? Was, es hat nicht funktioniert? Oh Mann, schade. Oh, das können wir neu starten, meine Freunde. Das müssen wir leider jetzt neu starten, weil das schwer ist, ne? Oh Mann, ich komm einfach nicht weiter. Oh Mann, ich komm einfach nicht weiter. Was? Das kann doch nicht sein. Wie soll man das schaffen? Ich weiß es nicht, Leute. Fragt mich nicht, wie man es schaffen soll. Ich glaube, indem man wieder runter geht. Also, man stirbt halt so. Du wirst schon, ne? Ah. Das können wir wieder neu starten. Ich glaube, in dieser Aufnahme würden wir gar nichts schaffen. Werden wir gar nichts schaffen. Und ich mache so lange weiter, bis ich es schaffe. Ich mache so lange Aufnahmen, bis ich es schaffe. Ja, so muss man das machen, also. Ah, das ist sehr schwer. Das ist, das ist... Das ist, das ist einfach eine Qual für mich. Ach, Mann. Ah, das ist, das ist schwer. Das ist... Da muss ich leider zugeben. Das kann ich nicht schaffen. Das kann ich nicht schaffen. Go. Heute war es nicht so spannend. Aber was soll man erwarten? Das ist Sonntag. Da passiert eh nichts Spannendes für die meisten. Da liegt man einfach nur im Bett den ganzen Tag und macht fast gar nichts. Also, für uns zum Beispiel. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und... cracker wieder... mal zum Beispiel... ... Vielen Dank.